Anfang der Woche ja gesagt, Deutschland muss nach 80 Jahren der Zurückhaltung Führungsmacht sein. Das ist ein großer Schritt weiter als das, was der Kanzler bisher gegangen ist und ist interessant. Lars Klingbeil ist ja eher auch ein Pragmatiker, eher auf der rechten Seite der SPD. Und man sieht daran, dass er offensichtlich nicht nur eine Diskussion in der SPD anstoßen will. Wie weit gehen wir eigentlich in dieser neuen Sicherheitspolitik, die ja für die SPD wirklich auch ein Tabubuch ist. Und wir werden in der nächsten Zeit erleben, nach der Schockstarre dieses Kriegs. Und die SPD muss ja dann auch jedes Jahr die versprochenen 2% für die Rüstung einhalten, dass wir sicherlich eine Diskussion in der SPD bekommen. Und da wird es interessant sein, wie die Kräfteverhältnisse sind. Elmar, Kräfteverhältnis ist natürlich ein spannendes Thema. Auch nochmal, du hast gerade schon das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA angesprochen. Das ist wahnsinnig interessant. Waren gestern die Bilder, vielleicht haben Sie sie auch schon gesehen, als Joe Biden also den deutschen Bundeskanzler irgendwie am Arm tätschelte und ihn wirklich lobte mit den Worten, nicht zuletzt dein Verdienst, das der Westen seit dem Einmarsch in die Ukraine zusammengehalten hat. Was steckt da noch dahinter? Also ich glaube, Joe Biden erkennt, dass Deutschland bereit ist, seine Theorie zu akzeptieren. Wir sind in einer großen Auseinandersetzung zwischen den Demokratien. Auf der einen Seite und dem Autoritarismus auf der anderen Seite. Und er braucht Deutschland, um da eine Führungsrolle zu spielen. Denn es geht nicht allein um Russland, es geht auch um China. Die USA sehen in China die große Bedrohung der Zukunft. Und das bedeutet am Ende, dieses Wandel durch Handel hat sich erledigt aus amerikanischer Sicht. Und man braucht auch Deutschland, um China gegenüber sehr klar zu machen, wir handeln mit euch nur, wenn eben es auch Veränderungen gibt und wenn China nicht weiter daran arbeitet, die Weltordnung, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, zu zerstören. Und deshalb auch diese 600 Milliarden für die Infrastruktur, das ist ja ein ganz klares Signal, oder? Richtung China, Stichwort Seidenstraße. Absolut. Das ist aber auch die Strategie, die der Kanzler hier ganz klar verfolgt mit der Einladung an diese fünf großen Nationen. Denn man muss ja sehen, die G7...